Musik Hier wird ein Flaschenverschluss montiert. Ein Assistenzsystem zeigt Schritt für Schritt, was zu tun ist. Dies ist Teil der Qualifizierungsprojekte Arbeit und Innovation. Kompetenzen stärken, Zukunft gestalten oder kurz A- und I-Projekte. Mit ihnen stellt die IG Metall den Gestaltungsansatz bei Fragen rund um Digitalisierung und Industrie 4.0 in den Mittelpunkt. Es geht darum, arbeitspolitische Handlungsmöglichkeiten zu erarbeiten und sie in die Betriebe zu übertragen. Die Projekte werden mit Mitteln des Europäischen Sozialfonds und des Bundesarbeitsministeriums gefördert. Am Beispiel der Montage eines Flaschenverschlusses mithilfe von Assistenzsystemen wird in den A- und I-Projekten erfahrbar, was Arbeiten 4.0 bedeuten kann. Im Rahmen unserer A- und I-Projekte geht es vor allem darum, Vertrauensleute und Betriebsräte ein Stück weit zu befähigen, den technologischen Wandel im Betrieb aktiv zu gestalten und an der arbeitspolitischen Gestaltungskompetenz gemeinsam mit unseren Vertrauensleuten und Betriebsräten zu arbeiten. Und ich glaube, dass wir hier in der Lernfabrik sehr gute Voraussetzungen dafür finden, solche Dinge auch gemeinsam anpacken zu können. Industrie 4.0 und Arbeiten 4.0, das heißt dennoch stärkere Einzug digitaler Technologien in der Industrie. Prozesse und Arbeitsplätze werden automatisiert, Sensoren erfassen permanent Daten und die Anlagen sind untereinander vernetzt. Das kann dazu führen, dass einige Tätigkeiten wegfallen, aber es entstehen auch neue Tätigkeiten. Das Ziel der IG Metall ist, dass kein Beschäftigungsabbau erfolgt. Auf jeden Fall wird sich die Arbeitswelt verändern. Mit den Projekten Arbeit und Innovation greift die IG Metall diese vielfältigen Herausforderungen proaktiv auf. Getreu dem Motto anpacken statt abwarten. Für mich als frisch gewählte Betriebsrätin ist vor allem interessant die Verquickung zwischen dem Technischen hier mit dem Datenschutz und wo ich dann als Betriebsrätin später Einflussmöglichkeiten habe und Mitbestimmungen ausüben kann. Die Teilnehmenden sollen in der Lernfabrik alternative Gestaltungsmöglichkeiten für Assistenzsysteme ausprobieren. Wir sind an der Uni Bochum. Unter der Leitung von Professor Kreimeyer wurde hier eine Lernfabrik aufgebaut. Eine Lernfabrik ist ein Ort mit einem realitätsnahen Produktionsumfeld. Das heißt, wir haben reale Maschinen hier im Einsatz. Wir haben moderne Maschinen, wir haben aber auch ältere Maschinen. Das heißt, wir bilden hier so ein kleines mittelständisches Unternehmen ab, wie man das eben auch in der Praxis vorfindet. Lernfabriken ermöglichen ein Problem- und handlungsorientiertes Lernen. Man kann auch Dinge ausprobieren, die man in der Praxis so nicht testen kann. Es gibt mittlerweile an vielen Hochschulen solche Orte handlungsorientierten Lernens. In den meisten Lernfabriken geht es darum, Prozessoptimierung durch Lean-Management-Methoden zu erlernen. Die Folgen für Beschäftigte werden, wenn überhaupt, höchstens am Rande thematisiert. Die IG Metall verfolgt einen neuen Ansatz der Lernfabrik. Diese Lernfabrik in Bochum ist die erste Lernfabrik, bei der gute Arbeit und Gestaltung von Technologien auf dem Lehrplan stehen. Es kommt nicht nur auf die Technik an. Menschen und ihre Bedürfnisse müssen bei der Gestaltung gleichrangig berücksichtigt werden. Deshalb wurde bei dieser innovativen Lernfabrik die soziotechnische Perspektive als Ausgangspunkt genommen. Das bedeutet, die Gestaltung von Arbeit und Technik erfolgt beteiligungsorientiert. Und sie zielt auf Humanisierung, was auch Möglichkeiten zum Lernen im Prozess der Arbeit beinhaltet. Die Arbeit und Innovation Lernfabrik verfolgt damit einen arbeitspolitischen Ansatz. Sie zeigt, dass Technik und Arbeit gestaltbar sind. Das Ziel der Gestaltung soll sein, dass der Mensch im Mittelpunkt steht. Im Rahmen der Übungen in der Lernfabrik werden Themen wie der Erhalt fachlich anspruchsvoller Arbeit und die Erweiterung von Handlungs- und Entscheidungsmöglichkeiten sowie Fragen rund um ergonomische Arbeitsplatzgestaltung erarbeitet. Dazu bewerten die Teilnehmenden Arbeitsprozesse mithilfe von Analyseinstrumenten. So können sie besser die Qualität der Arbeit einschätzen und Veränderungsideen entwickeln. Die Universität Bochum bietet sich als Partner an, weil es dort seit vielen Jahren eine gemeinsame Arbeitsstelle von IG Metall und Ruhr-Uni gibt. Es sind natürlich viele Herausforderungen, die zu erwarten sind. Es gibt natürlich sehr viele Studien zu den Beschäftigungseffekten von Industrie 4.0. Letztendlich welche Arbeitsplatzeffekte es haben wird. Aber die große Herausforderung ist natürlich, die Beschäftigten, aber auch die Betriebsräte so zu qualifizieren, dass sie diesen Prozess begleiten können und nicht zu einer weiteren Polarisierung zwischen Technikentwicklung auf der einen Seite und humanzentrierter Entwicklung auf der anderen Seite kommen kann. Also Beteiligung von Beschäftigten, aber auch von Betriebsräten. Auch ihre Qualifizierung ist ein wesentlicher Punkt, den wir hier auch versuchen in der Lernfabrik, aber auch schon mit den Studierenden, Ingenieuren und Sozialwissenschaftlern zu diskutieren. Betriebsräte und Vertrauensleute sollen in der Lernfabrik lernen, proaktiv mit diesen Veränderungen umzugehen. Das heißt, nicht warten, bis die Veränderungen konkret anstehen und kaum Zeit zum Handeln bleibt, sondern sich frühzeitig ein eigenes Bild von möglichen Veränderungen machen. Um Zeit zu haben, eigene Alternativen für den Erhalt von Arbeitsplätzen und gute Arbeitsbedingungen zu entwickeln. Den Rahmen dazu bilden modulare Ausbildungsgänge als Teil der A- und I-Qualifizierungsprojekte. Von den fünf Modulen mit jeweils drei Tagen findet eines in der Bochumer Lernfabrik statt. Mit Industrie 4.0-Anwendungen ist es wie mit technologischen Wandlungsprozessen im Allgemeinen eben, dass sich damit letztlich Chancen und Risiken verbinden. Und wir wollen hier aufzeigen, dass nichts Gott gegeben ist, sondern dass wir gemeinsam auch Chancen eröffnen können und überlegen können, wie technische Assistenzsysteme auch im Sinne von Beschäftigung genutzt werden können. Also das Interessanteste war eigentlich, mit dem Assistenzsystem zu arbeiten, wie das wirklich vonstatten geht, auch wirklich selbst anzuwenden. Dieser Arbeitsablauf, den wir vorne rekonstruiert haben, in dem wir eben geschaut haben, wie sich diese Assistenzsysteme auswirken, auf die Arbeit und auf den Menschen auch. Und es war einfach interessant, dann den Wechsel zu sehen zu der verbesserten Version, wie man damit arbeiten kann. Und ja, jetzt kommt nochmal ein Durchgang, nochmal etwas verbessert. Und darauf bin ich jetzt gespannt und schau mal, was dabei rauskommt. Assistenzsysteme können auf verschiedene Weise eingesetzt werden. Sie können zu Dequalifizierung und somit zu Entgelteinbußen führen. Oder sie dienen als Unterstützung von Beschäftigten, die sich mit ihrer Hilfe zum Beispiel besser und einfacher weiterqualifizieren können und höhere Entgeltstufen erreichen können. Letztendlich geht es ja darum, eine neue Technologie kommt, wahrscheinlich in einem rasenden Tempo in den nächsten Jahren, mit einschneidenden Auswirkungen im Betrieb. Da haben wir die Menschen im Betrieb, die dort arbeiten. Wir haben die betriebliche Interessenvertretung. Und unsere Vision ist eigentlich, dass diese betriebliche Interessenvertretung in Augenhöhe mit dem Arbeitgeber agieren kann. Das heißt, dass sie nicht nur Stopp sagen kann, wenn Nachteile für die Beschäftigten befürchtet werden, sondern dass man ihn mitgestalten kann, dass man sich mit auseinandersetzen kann über Technologie und über Alternativen. Und das wird nicht gehen ohne intensives Bildungsangebot. Und das ist mein Anliegen als Schulleiter im Bildungszentrum Sprockhöfe. Mit Arbeit und Innovation reagiert die IG Metall auf die immer komplexeren Herausforderungen betrieblicher Interessenvertretungen. In enger Kooperation mit den IG Metall Bildungszentren und Wissenschaft, dem Aufbau einer arbeitspolitischen Lernfabrik und der Begleitung betrieblicher Umsetzungsprojekte rund um die Themen Industrie und Arbeiten 4.0 erweitern wir unsere betriebspolitischen Unterstützungsangebote und setzen neue Impulse in der gewerkschaftlichen Bildungsarbeit. Hier wird in dieser Lernfabrik die Möglichkeiten aufgezeigt, in Rollenspiele, in Fertigung, auf den Punkt dahin zu kommen, wo ein Umdenken im Kopf geht, wo man dann sagen kann, ja, wir können damit beide leben und wir können da wirklich was rausholen. Die IG Metall hat sich mit dem Leitantrag Beteiligungsorientierte Betriebspolitik auf dem letzten Gewerkschaftstag auf den Weg gemacht. Wir wollen in eine stärker proaktive Rolle kommen. Wir wollen weg von der Stellvertreterpolitik. Wir wollen unsere Betriebsräte befähigen, technologische Veränderungsprozesse in Betrieb anzupacken, die Chancen zu erkennen. Industrie 4.0 ist gestaltbar, auch im Sinne der Belegschaften. Und es geht für uns vor allem auch darum, aus einer beschäftigten Perspektive heraus solche Prozesse anzupacken. Ich fand zufällig in der Lernfabrik. Arbeit und Innovation. Wir machen Zukunft.